Mein Name ist Ralf Werner. Ich bin auf der Baustelle der Polier. Ich bin der Chef auf der Baustelle. Dann geht es um sechs Uhr los, dass Stahllieferungen ankommen und ich gucke dann, dass ich alles in Schwung bekommen. So etwas Großes habe ich noch nie gebaut. Wir haben hier bis zu 400 Mann und ein großes Baufeld von sechs Hektar. Die Herausforderung ist halt, den Termin zu schaffen, dass wir in 18 Monate wirklich fertig sind. Man muss belastbar sein. Das Handy ist oft um 15 Uhr leer telefoniert. Mir war es halt wichtig, dass ich was mache, wo ich auch sehe, wo ich greifen kann. Ich wollte was errichten, ja. Man hat immer wieder neue Bauherren, neue Locations. Es ist immer wieder jedes Jahr was ganz Neues. Das erfüllt mich schon mit Stolz und Zufriedenheit.